So, und ich konnte mich erinnern, dass wir mit irgendeinem hier in der in der Stadt reden. Plan Schmetterschild. Geschäftsräume. Ich weiß nicht, ich dachte eigentlich, von hier komme ich irgendwo in die Stadt rein, aber doch hier. Ah. Mal gucken, was der zu sagen hat, dann haben wir es auch abgeschlossen, denn es ist gut. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ist das jetzt dein Ernst? Ein weiterer Brief von Rales. Er macht mir langsam etwas Angst. Der kommt bis hierher, um mir das zu schicken. Gut. Wir holen dann aber trotzdem erst das Herz. Aber jetzt müssen wir erst mal mit dem hier reden. Hallo, hallo. Achso, auf die den Kompass kann man ja gucken. Ich weiß gar nicht mehr, was der für ein Problem hat. Ich glaube, der wird einfach nur schlecht behandelt von dem. Da. Hallo. Es wäre mir recht, wenn ihr meine Frau, Tova, in Ruhe lassen könntet. Sie trauert noch. Okay. Unsere kleine Tochter ist vor kurzem gestorben. Ich konnte meine Tage mit starkem Med stemmen, aber meine Tova findet einfach keinen Frieden. Okay, das klingt nach Mini-Quest. Okay. Zu schade, ja, ne. Okay, sehr gut. Amulett von Arkay haben wir noch nicht. Ist da ein bisschen Rassismus unterwegs? Je mehr ihr ihnen zahlt, desto mehr werden sie sich anstrengen. Ja, das stimmt. Sehr gut. So, das machen wir. Nee, das machen wir nicht. So, dann gehen wir jetzt bei dem Typen wieder hin, um Bescheid zu sagen, dass wir hier was geschafft haben. Na, das ist ja lustig. Jetzt warte ich hier schon einen bestimmten Tag lang und der ist da drin und kommt nicht raus. Jetzt ist die Tür nicht mehr abgeschlossen gewesen. So. Der schläft hier, als ob. Seit mehreren Tagen. Hallo. So. Ihr habt Torbjörn überreden können? Ich bin beeindruckt. Hier. Das habe ich eigentlich für schlechte Zeiten gespart. Vielleicht kann ich mir jetzt ein paar mehr für meine Leute leisten. Nehmt es. Sehr gut. Oh, geringe Magikanne. Das brauche ich wohl nicht. Gut. Aber wir haben was Gutes getan anscheinend. So, und jetzt mal gucken, wo der uns hier hinschicken will für, äh, für ein Dornenherz. Ne. Ist das? Achso, das stimmt. Das ist ja irgendwo hier gewesen, glaube ich. Ne. Achso, das Amulett. Ja, das ist okay. Ich lasse es einfach mal aktiviert. Dann muss ich das... Ah ja, ist ja. Das wird mir nicht mehr angezeigt auf der Karte. Ich muss jetzt irgendwo einen holen. Das ist ja uncool. Okay. Okay. Wir hatten... Auf jeden Fall noch... Irgendwo die Aufgabe... Ähm... Sowieso irgendwo hinzugehen. Ähm... Äh, ne, 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 ne. Ich finde den Priester von Buitia, genau. In dieses Gebiet, wo... Die sowieso sind. Gehen wir einfach mal da hin und gucken mal, ob wir da auch so einen Dornenherzkrieger finden. So, mal gucken, ob das hier schon sein Lager ist. Sieht auf jeden Fall so aus, als ob das da auch größer wird. Gucken, und wir haben jetzt wieder das coole Pferd dabei. Hahaha, als ob der hier rumfliegt. Oh, dann können wir gleich mal was ausprobieren. Oh. Und zwar gibt es ja die Möglichkeit, Drachen zu zähmen. Mit dem einen Ruf, den wir hier haben. Was wir bis jetzt einmal nur gezwungenermaßen gemacht haben. Wille beugen. Rüste den mal aus und den... Gucken wir mal. Ob das tatsächlich funktioniert. Ich speichere das mal... Ups, Feuer. Nicht, dass jetzt alles schief geht. So, da unten sind welche, die können wir dann auch platt machen. Ja, toll, jetzt ist der da oben gelandet. Das ist aber vielleicht gar nicht so schlecht. Oh, der kämpft gegen irgendwen, dann können wir den ja vielleicht direkt anbrüllen. Und dann kämpft er für uns. So ist es nämlich... Naja, geht. Fliegt das schon wieder weg? Das ist doof. Ja, komm mal her. Hier, hier, hier. Keine Ahnung, was der da hat. Ältere Drache, ja. Keine Ahnung, ob das klappen kann. Auf jeden Fall ist es ja... Was ist denn hier los? Eine Trophäe, dass ich fünf Drachen zähmen muss. Okay, da hat er schon irgendwas kaputt gemacht. Ah, das ist ein bisschen... Blöd. Jetzt ist er da gelandet. Oh, jetzt... Ach man, aber nee, jetzt ist er direkt vor uns. Oh ja. Und einmal hier. Okay, das ist... Abgeschworener hier. Machen wir einfach mal. Reiten, älterer Drache. Okay, was ist das jetzt? Äh. Äh, ich bin nicht auf dem Drachen. Zack, aber der greift mich zumindest nicht an. Jetzt kann ich reiten, mal gucken, ob das geht. Es geht. Ist ja vorher nur gerade abgehoben. Und jetzt... Oh, zack, jetzt fliege ich. Ha! Ich habe nur vergessen, wie man... Anvisiert irgendwas. Irgendwas. Ich denke, einfach mal Ziel wechseln. Ah ja. Höhlenbär. Hier ist irgendwas, der... Mit dem Drachen das Ziel angreifen. L3. Okay, wir machen das jetzt einfach mal. Bam. Äh? Warum zeigt er das jetzt gerade nicht wieder an? Ey, das ist... Eigentlich ist das cool, aber das haben die irgendwie doof gemacht. Dass der hier so... So viel Faxen macht. Okay, ich... Okay. Der landet irgendwo. Denn... Naja, dann... Dann kann er uns mal. So. Gucken. Hier, genau. Da sollen wir einfach rein. Mal gucken, was da drin los ist. So, jetzt habe ich die beiden auch wieder dabei. Hier drin können wir denn wieder den Fürsten haben. Oh, der leider im Weg steht. Nee, doch nicht. Oh. Oh, hier gibt es sogar vielleicht ein Dornenherz. Aber Abgeschworene sind, glaube ich, immer böse. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich greife die mal nicht an. Ich werde das mal... Ich werde das mal friedlich machen. Waffen weg. Da ist eine Ziege. Die greift mich vielleicht auch nicht an. Hallo, Will. Hallo. Da ist ein Feind. Bin ich die beklauen? Nee. Haha, okay. Oh, die Ziege kämpft für uns. Was? So ist es nämlich. Es ist... Einer von denen ist bestimmt ein Dornenherz. Sehr gut. Und sowas habe ich auch gedacht. Der ist es, glaube ich. So, die Lektion haben wir anscheinend jetzt schon mal gelernt, dass die alle feindselig sind. Zack. Oh. Bam. Zack. Sehr gut. Müssen wir nochmal gucken, ob wir da oben schon welche sehen können. Das ist da einer, ne? Der steht da rum. Und... Epp. Nee. War das doch keiner? Ob da jetzt aber einer raus? Hallo? Nee. Da bewegt sich nichts. Ist da oben jemand? Ist hier irgendwo einer? Der schon gern so viel wie möglich weggesnipert. Weil der... So ein Dornenherz ist doch... Ein bisschen krass. Die bauen hier sogar... Kartoffeln an. Da kommt Licht durch. Als ob das reicht für Pflanzen. Aber anscheinend schon. Das sind Himmelsrandkartoffeln. Ziemlich krass. So, der... Fürst hält bestimmt noch ein bisschen. Gehen einfach mal hier rein. Nee, da ist keiner. Den... Musste ja hier sein, ne? Zack. Nochmal. Jawoll. So. Der kann erstmal... Oh, der kann... Nee, da kann er erstmal nichts mehr machen. Oh oh. Jetzt ist das Dornenherz schon dabei anscheinend. Oder? Ja, oh ja. Und wo... Kommt denn das? Dann ist noch so einer. Oh, die Ziege hilft wieder mit. Die hat vielleicht auch keinen Bock mehr hier zu sein. Okay. Abgeschworener, normaler. Okay, das ist jetzt nicht so krass. Oh oh. Jetzt bin ich hier irgendwo hängen geblieben. Doch nicht. Ist... Okay, das ist der Handlanger. Dann können wir den da oben... Da ist ja gar nichts. Okay, der hat anscheinend den Fürsten kaputt gemacht. Mit seinem krassen Zauber... Oh ja. 84. Hä, kannst du mal da hingehen? Bam. Weiß nicht, wo das Dornenherz hin ist. Aber anscheinend... Okay, der ist schon tot. Oh, da ist er. Wo da? Da ist einer, ja. Mist. Okay. Und der hat so einen Zauber auf mir drauf. Und der, dass der mich beobachten kann. Und jetzt schieße ich hier nur noch daneben. Zack, erwischt. Oh, der hält gut aus. Oh. Oh, Schleichen verbessert. Macht denn der da, hä? Der... Der ist so gut. Jetzt verarschen wir nicht, aber wir gehen einfach andersrum. Hat er noch nie gesehen, den Trick, ne? Nee, hat er nicht. Meine Herren, ey. Was ist denn los mit dem? Macht der jetzt, hä? Okay, äh... Wo ist denn der hin? Warte. So, jetzt haben wir ihn gleich. Los, mach mal. Hoffentlich. Hat das jetzt gezählt? Ach, sammelt Dornherz durchsuchen. Dornherz, sammelt Dornherz ein. Ja. Sehr gut. So, sprich mit Nelot. Das ist ja schön. Müssen wir immer noch den... Typen finden. Wir haben alles geschafft. Dornherz, ja. Habe ich mir das vorgestellt, dass das klappt? Lass uns mal gucken, ob die... Ob die den hier irgendwie gegessen haben oder so. Ach, die haben den eingesperrt. Oh, die Tür ist ja offen. Was ist denn da los? Hier ist eine Schmiede. Was haben die hier? Stahlbahn. Oh, nö. Oh, hier. Ernsthaft, jetzt bin ich zu schwer. Was ist das hier von... Aktivieren. Karte. Der Bürger von Reach. Karte aktualisiert. Ah, ja. Ey, was kann man jetzt mehr sehen? Was sind wir denn jetzt? Der Bürger von Reach. Ach, hier. Oh. Was? Das hatte ich vorher, glaube ich... Ich weiß nicht, ob ich das hatte oder nicht. Oh, hier. Zack. Zack. Kann sein, dass ich das schon kannte. Naja. So, aber hier ist auf jeden Fall der... Typ, den wir jetzt auch nicht... Ach, Mann, ey. Warum bin ich denn schon wieder... Und da ist auch noch eine Kiste. Müssen wir ja auch noch mitnehmen. Naja, wir nehmen einfach mal die gewöhnlichen. Zack. Jawohl. So. Ja, das hätte ich mir schon gedacht, dass da nur Blödsinn drin ist. So. Was hast denn du jetzt zu sagen hier? Hallo? Ihr da. Seid ihr hier, um mich zu ermorden? Wollt ihr den mächtigen Logrolf töten, solange er gefesselt und wehrlos ist? Der sieht aus wie einer von den Graubärten. Naja, der olle Malakar. Boethy hat mich geschickt über ihn. Spielt das eine Rolle? Hier ist Geld. Okay. Mal gucken, ob es klappt. Oh. Sie hat euch geschickt. Moment. Molak Bahls Altar. Natürlich. Ich muss sofort nach Markarth. Macht mich los. Klar. Endlich frei. Und jetzt geht mir aus dem Weg. Ich habe etwas zu erledigen. Okay, das machen wir aber nicht jetzt. Ähm... Das ist, glaube ich, nur noch abgeben. Wir gehen jetzt erst mal das hier... Oh, da müssen wir ja auch... Was kann man arbeiten machen? Aber jetzt gehen wir erst mal bei Nilot. Das Herz... So ist das. So, da sind wir wieder. Mann. Okay. Das Zeichen des Wahnsinns. Verlust der Eigenwahrnehmung. Schwarze Blicken im weißen Augen. Dokumentierte Hinweise auf Hermann. Hermaeus Moras fortwährenden Einfluss. Mhm. Nein. Ihr seht gut aus. Zumindest nicht anders als bei unseren ersten Begegnungen. Okay. Äh... Wollt ihr nicht wissen, was mit Mirak geschehen ist? Ha, ha, ha. Ach, der. Ja, ich schätze, ihr habt ihn getötet. Oder Hermaeus Moras hat sich gegen ihn gewandt, als ihr wie der sichere Sieger aussahet. Oder ein wenig von beiden. Solzheim ist von Mirakseinfluss befreit. Daher dachte ich mir schon, dass ihr alles geregelt hättet. Warum? Gab es irgendetwas Interessantes? Haha, nee. Ich hab nur Mirak getötet. Und Solzheim gerettet. Was ihr Helden eben so tut, nicht wahr? Wenige hätte ich auch nicht erwartet. Nur noch diese schwarzen Bücher. Leider habe ich keine weiteren gefunden. So viel verlorenes Wissen. Mann, der ist ja mal ein richtiger Fanboy. So. Alles, was schief gehen kann, geht schief. Die Aschenbrot greift mein Haus an. Und sogar meine Dienerin wird ermordet. So ist das nämlich. Können wir... Ja. Moment mal. Kann ich das hier mal machen? Das Schmora hat schon ipp. Woher die schwarzen Bücher stammen? Für den Detra-Prinzen des Schicksals scheint Zeit äußerst sinnbar zu sein. Äh... Ja, hier. Guck mal. Ja, was kriegen wir denn dafür? Bam. Hörn, du. Volt. Okay. Ich habe Feinde. Unzählige. Drüben in Morrowind. In diesem Falle habe ich jedoch Grund zur Annahme, dass es sich um jemanden aus Solstheim handelt. Okay. Noch nicht. Vielleicht später. Zuerst muss ich wissen, wer hinter der Sache steckt. Ich habe diesen Ring so verzaubert, dass er die Quelle der Angriffe findet. Hier. Nehmt ihn. Okay. Dass ihr angegriffen werdet. Finde heraus, wer hinter den Gampfen steckt. Ja. Mal gucken. Er markiert die Quelle, wenn ihr nahe genug dran seid. Ich habe den Ring mit ein wenig Asche aus dem letzten Angriff dieser Aschenbrot verzaubert. Er kann der magischen Verbindung zurück zu ihrem Beschwörer folgen. Okay. Okay. Also müsst ihr euch der Quelle etwa 30 Meter nähern. Okay, krass. Legt doch einmal den Ring an und geht über das Gelände. Oh. So, ich gucke mal, ob ich... Was der so für Sachen kauft? Waffenschriftrollen? Okay, an den kann ich gar nichts verkaufen. Da. Oh, aber der vielleicht. Dann muss ich mal gucken. Bücher und... Ach, komm. Okay. So, der quatscht hier nur rum. Ziehen wir den einfach mal an. Bekleidung. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt heißt. Ja, okay. So viel Blödsinn. Ah, hier. Identifizieren beim... Ausreichender Nähe der Quelle. Okay. Ja. Gucken, ob der mir was sagt. Ja, ja. So, dann gehen wir einfach mal runter. Mal gucken, ob in... Na ja, mal gucken. Vielleicht ist ja in Rabenfels einer. Oder hier... Hier draußen ist es. Ich weiß gar nicht, was ist denn da markiert gerade. Ach so. Ha. Müssen auf den immer warten, ne? Sonst... Ich weiß nicht. Ich hatte schon öfter den Eindruck, wenn der nicht mitkommt, dann stirbt der. Und hängt hier rum. So, ist er da? Ja. Ja. Jetzt haben wir ein Problem, nur weil wir keine Ahnung haben, wo das so ist. 30 Meter sind jetzt auch nicht so weit. Ist es vielleicht sein neuer Diener hier? Wenn ich jetzt wüsste, wo der wohnt. Kann der aber zaubern? Ist das... Ist das so? Die Küche. Ich gucke einfach mal, bis ich irgendeinen finde und dann sage ich... Wow, jetzt haben wir einen. Da sieht man irgendwas. Oh. Oh, jetzt haben wir einen. Da geht auf jeden Fall auch die Aschebrut um. Oh ja, den haben wir auch. Dann schwöre ich mal den Fürsten hier hin. Okay, der geht schon voll rein. Nein, da bin ich jetzt hier überall rumgelaufen. Da musste ich nochmal die Questbeschreibung lesen. Weil da erst drin stand, dass ich in dem Gebiet hier rumlaufen soll und nicht irgendwo in Solstheim. Das habe ich so nicht verstanden, aber gut. Moment mal, aber das ist so ein Grab da. Macht der das aus dem Grab noch? Haha, wieder. Seine Körperhaltung ist ein bisschen seltsam. Oh, greift der jetzt auch noch an? Nee, ne? Hm, jetzt hat der sich... Hä, was denkt der sich dabei? Der kommt ja einfach hier mitten reingerannt, wird angeschossen und beschwert sich denn darüber. Wie, jetzt kommen die anderen auch noch bestimmt, die größeren, ne? Natürlich. So, jetzt... So, jetzt... Stirb. Okay. Da haben wir noch irgendwo Feinde. Ja, jetzt kommen wirklich die Eltern von dem oder was? Netsch, Bulle! Oh. Ich glaube, von dem hole ich mir aber auch die Seele. Die ist bestimmt ein bisschen größer. Ja. Jawohl. So, dann geh dich mal an den Herzen lahmen. Ah, und schon wieder gestunt. Ah, okay. Okay. Also einfach nur die Ziehen-Taste antippen. Ist nicht so effektiv. Ne. Okay, jetzt, Moment mal. Der hält mir doch ein bisschen zu viel aus. Naja, der macht ja Geräusche. Boah, hält der viel aus. Das ist ja nicht mehr normal. Das ist ja bald noch krasser als... ...als so ein einfacher Drache. Das ist krasser als ein einfacher Drache. Für den bräuchte der nur noch ein paar Schüsse, wenn der... ...des Todes mal drauf hat. Äh, das... Ja, das nehme ich vielleicht. Netschleder nicht. So. Da ist die Markierung. Was wir jetzt davon haben. Nehmen wir mit. Wenn es jetzt in seinem Grab passiert... ...was sollen wir denn da machen? Okay. Stab der Besänftigung. Nehmen wir mit. Herzstein. Aktivieren. Was können wir da machen? Dann machen wir zu. Wir nehmen einfach mal den Herzstein da raus. Ja. Oh, sprich mit Nelat. Okay, das... ...ist es jetzt schon. Müssen wir... Können wir... Können wir nochmal den Namen sehen? Ildaris. Ja. Kennt man vielleicht nicht. Aber wenn der Quest alte Freunde heißt, kennt der den vielleicht. Aber nicht. Na, mal gucken wir auf nicht. Was ist das jetzt? Ich dachte ja eigentlich schon, dass das jetzt hier auf Solzheim das schon gewesen ist. Wenn wir Miraak umgelegt haben. Aber... geht anscheinend immer noch weiter. Und auch im Hügelgrab müssten wir eigentlich jetzt durch sein. Da müssten wir noch die Drachenwand freilegen und dann könnten wir das Wort holen. Denn waren wir auch eine ganze Weile hier beschäftigt, ne? Muss man ja schon sagen. So, nach oben bitte. So. Müssen wir eigentlich hier nochmal... ...neur mal reingehen? Das ist ja nicht, wie das war hier. War ja das Buch des Miniquests selber noch da. Okay, hier. Da. Da. Was, mein Lehrling. Sie hatte sich freiwillig für eines meiner Herzstein-Experimente zur Verfügung gestellt. Ihr Tod war ein ziemliches Ärgernis. Ein Ärgernis. Okay, Experiment. Was habt ihr angetan? Keine Leiche. Oh, ja. Das ist unmöglich. Außer, sie ist gar nicht gestorben. Vielleicht konnte der Herzstein sie an der Schwelle zwischen Leben und Tod halten. Kann das sein? Ist Ildari möglicherweise noch am Leben? Könnte sie mein Erzfeind sein? Okay. Ich werde eine spezifischere Weissagung wirken. Okay. Dann legt mal los. Jetzt haben wir den blöden Stab aber dabei. Ist der... Können wir den nicht verkaufen denn? An ihn? Der ist ja so ein Stabhändler. Der hier will sänft die Konkretung. So, dann mach mal hin. Ich rufe die Mächte der Sonne, der Monde und der Sterne an. Ildari Sarodril zeigt euch. Guten Tag, Freund. Geht es euch gut? Jetzt legt er richtig los hier, ne? Bam. Sie lebt. Ihr findet sie im Gipfelturm. Okay. Also ist Ildari tatsächlich am Leben. Sie dachte, sie könnte sich auf ewig vor mir verstecken. Aber das kann sie nicht. Sie versteckt sich oben im Gipfelturm. Geht und reißt ihr diesen dreimal verfluchten Herzstein aus der Brust. Ich habe nicht die Zeit, auf Salztheim herumzuschlendern. Wenn ich eine Weile nichts von euch höre, seid ihr wahrscheinlich droht. Vielleicht schicke ich dann Tal was. Okay, und jetzt mach ich ja einen auf Schlendrian oder was. So. Den können wir vielleicht noch den... Genau. Kaufen. Wunderbar. So, dann gehen wir jetzt zu diesem Turm. Das sehen wir uns aber auch für die nächste Folge. So, dann ist du zum nächsten Mal bei Skyrim. Das sehen wir uns aber auch für die nächste Folge.